Es kommen weniger als 20 Fahrer in die DTM. Der Konferenzkampf ist extrem hart. Es ist cool dabei zu sein. Dann wird Schäffler als regionalen Partner wirklich genial. Aber es ist natürlich eine richtige Challenge, jedes Wochenende abzulüfern. Ich bin bisher zweimal Meister geworden. Ich möchte gerne den dritten Titel einfahren und da muss ich natürlich hart daran arbeiten. Fit sind wir alle körperlich, aber die mentale Stärke ist so wichtig. Weil tatsächlich in der DTM die Rennen echt im Kopf entschieden werden. Am Ende sind wir Rennfahrer und das ist eigentlich unsere Leidenschaft. Wenn es nach mir ginge, würden wir wirklich jedes Wochenende Rennen für Rennen fahren.